Isla Mahatschew ist an der Hand verletzt und Ahmad Zoukian will trotzdem den Titelfight und damit herzlich willkommen hier bei Kampfgeist MMA. Dass Mahatschew verletzt ist, habe ich ja schon mal in dem Video gesagt. Es ist noch nicht sicher, dass er dieses Jahr kämpfen wird, aber die UFC promotet das Main Event von UFC 308 in Abu Dhabi. Klipp und klar mit Topuria vs. Holloway. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass das das Main Event bleiben wird. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass Mahatschew auf jeden Fall nicht im Oktober kämpfen wird. Jetzt sprach Arman Zoukian darüber, der ja eigentlich noch sein Anti-Mobbing-Video machen möchte, wenn er vor dem Januar kämpfen will. Wenn er das denn aber überhaupt braucht, denn sollte Mahatschew nicht im Oktober kämpfen, könnte vielleicht tatsächlich so ein Dezember-Fight drin sein. Wäre geil, aber wenn er nicht drin ist, dann will Zoukian einen Interimstitel-Kampf. Zoukian will aktiv bleiben, Zoukian will aber klipp und klar nur um den Titel kämpfen und ihm ist egal, ob das um den vollwertigen Titel ist oder, weil Mahatschew halt an der Hand verletzt ist, ob das dann ein Fight um den Interimstitel ist. Und ich habe zwei mögliche Gegner für Arman Zoukian, auf die ich richtig hart abgehen würde. Okay, sagen wir anderthalb Gegner, auf die ich super hart abgehen würde. Zum einen Matthäus Gamrott. Naja, Matthäus Gamrott kämpft jetzt am Wochenende, nächste Woche, Samstag bei UFC 305 gegen Dan Hooker. Matthäus Gamrott hat einen Sieg gegen Arman Zoukian. Matthäus Gamrott ist einfach ein sehr unterschätzter Dude im UFC Lightweight. Wenn wir mal ehrlich sind, den hast du nicht so auf dem Schirm. Außer die Polski-Leute hier in den Kommentaren, aber wenn man so um das Titelgeschehen im Lightweight spricht, dann hat man den nicht so wirklich auf dem Schirm. Wenn wir uns jetzt aber mal vorstellen, Gamrott gewinnt gegen Dan Hooker, Gamrott hat einen Win gegen Arman Zoukian. Na dann gibt uns doch gerne den Rückkampf und meinetwegen um den Interimstitel Sinn ergeben würde das allemal. Aber ein Fight, auf den ich doch viel mehr abgehen würde, wäre Arman Zoukian gegen Dustin Poirier. Das wäre doch ein Fight, der würde Dustin Poirier wieder zurückholen. Poirier sagte doch, er braucht einen Fight, der ihn begeistert. Es könnte McGregor sein, das könnte ein Charles-Olivera-Fight sein. Oder natürlich, es könnte nochmal die Chance auf einen Titelfight sein, beziehungsweise einen halben Titelfight, dadurch, dass er halt um den Interimstitel kämpft. Poirier könnte gegen Zoukian gewinnen. Leute, Poirier hat so geil abgeliefert gegen Isla Mahatschev. Ja, er hat verloren in der fünften Runde, aber der hat auch eine Runde gewonnen oder zwei Runden gewonnen. Der sah gut aus, der hatte einen geilen Gameplan. Und wer so gut abliefert gegen Mahatschev, der kann gewinnen gegen Zoukian. Das wären die beiden Fights, die ich gerne sehen würde. Ich bin ehrlich, einen Fight gegen Charles-Olivera würde ich nicht unbedingt sehen wollen, weil den hatten wir ja schon. Die einzigen guten Momente von Charles in dem Fight waren, dass der mal eine Submission drin hatte, aber solange Zoukian nicht abklopft, ist das halt am Ende des Tages auch egal. Und deshalb so gerne ich Charles-Olivera auch hab, aber bei Charles würde ich dann doch lieber entweder ein Poirier-Rematch oder ein Gaethje-Rematch. Am liebsten Charles gegen Gaethje. Das würde doch jetzt am meisten Sinn ergeben. Und dann lasst du uns Poirier gegen Zoukian um den Interimstitel. Oder natürlich, weil wir fair bleiben müssen, unserem polnischen Freund gegenüber, Matthäus Gamrot gegen Zoukian um den Interimstitel. Wenn denn, natürlich nur wenn, Gamrot gegen Dan Hooker gewinnt, aber sollte eine machbare Aufgabe sein. Wer ist euer Wunschgegner für Amant Zoukian? Es steht noch keineswegs fest, verstehe mich nicht falsch, es steht ja keineswegs fest, dass Mahatschiff dieses Jahr auf gar keinen Fall kämpfen wird. Oder dass Zoukian jetzt unbedingt einen Interimstitel-Fight bekommt. Es geht um dieses What-If. Was wenn es wirklich so ist, weil Zoukian selber gesagt hat, er will dann um den Interimstitel kämpfen. Was wenn es wirklich so ist, dafür suchen wir den perfekten Gegner. Und ich bin auf eure Meinung gespannt. Schreibt sie unten rein, lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, wenn euch dieses Video hier gefallen hat. Und damit, bis zum nächsten Mal.